Ich zeige dir jetzt, wie effektiv Treppenlaufen sein kann. Mit einem Treppentraining verbesserst du deine Schnelligkeit, deine Beinarbeit und Kondition. Du kräftigst sämtliche Muskeln deines Körpers und ebenso verbesserst du deine Ausdauer. In diesem Video zeige ich dir jetzt verschiedene Laufvariationen und Schrittkombinationen, wie du die einzelnen Stufen bewältigen kannst. Ich zeige dir jetzt, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst, Untertitelung des ZDF, 2020 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 So sieht also effektives Konditionstraining aus. Probier es doch mal aus und schreibe deine Erfahrung unter das Video, teile es mit deinen Freunden und abonniere meinen Kanal. Ja, und im zweiten Teil des Treppentrainings zeige ich dir, wie du die Treppen dann springend überwinden kannst. Und ich würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist und einschaltest.